Tür geht auf, ist drin, du hast irgendwas weggehettet, der klippt sich oder er borst zumindest nur. Nein. Ich habe mich so erschrocken, weil du auf einmal selber umgefallen bist. Die ist bei mir viel weiter durchgeflogen. Streets mag dich heute nicht, habe ich das Gefühl. Ja hallo meine Freunde, in diesem Raid bin ich diesmal mit Dogmaster auf Streets unterwegs. Ich bin diesen Vibe ja noch nicht wirklich oft auf Streets gelaufen, also habe ich mich da mal etwas an die Hand nehmen lassen, was vor allem die Loot-Spots angeht, die sich lohnen. Ob es ein lootreicher Raid wurde, will ich gar nicht spoilern. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und damit war es das auch schon mit meinem Gebabbel. Ich bin es wie immer, euer Gunshot und jetzt viel Spaß mit dem Video. Für dich, ja. Musst du sagen, wo du hin willst. Nee, für dich, sag ich. Für mich? Na, deinen Kontostand verdoppeln. Da vorne, Spieler. Straße. Gesehen? Zwei? Ja, habe ich zwei Stück. Jo. Das sind nach rechts weiter. Sind auch hinter der Straße, Mann. Die gehen bestimmt ins Deiner. Cyberscab war für mich, glaube ich, gerade. Ich pre-metate eben schnell. Hier ist richtig kacke, Mann. Ah, oben. Meinst du, die sind geradeaus weiter oder hier links rein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Schuss auf dich war oder auf die Tür da vorne ist. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, welchen Raum, welche Türen und wohin kommen. Halt mal. Vor uns. Glas. Hinter uns. Ist weiter auf der Straße gelaufen. Hä? Können das ein Scaff gewesen sein? Nee, da vorne beim Panzer, beim BMP. Da geht's ab. Ich höre die Schüsse nicht, aber ich sehe sie. Das ist ein Scaff gewesen. Oh, scheiße. Okay. Ich komme in die Luft, lass mich zum Marken. Oh. Ich habe jemanden hüpfen hören, rechts von uns. Rechts von uns, ne? An dem Durchgang hier. Ja, oben denn wahrscheinlich, ne? Wenn du rechts von mir sagst, das hätte die andere Seite, ne? Ich hätte hier gesagt, im Durchgang hinten. Ja, da ist einer. Hast du ihn? Nein, habe ich nicht. Der ist am, äh, gegenüber am Ausgang. Neid. Noch eine Nate. Hab ihn. Nice. Auf die letzte Kugel. Ich weiß aber nicht, ob noch einer da war, ne? Ja, das testen wir jetzt. Da habe ich eine Nate. Ich sag mir kurz, das ist eine Nate nochmal voll. Und zum Teufel sieht eigentlich bei dir das so übel flüssig aus. Was für ein Setup spielst du? Eine X3D-AMD und eine 4070 Ti Supreme. Ah, okay. Ja, sieht schön aus. Sehr smooth, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch noch über Discord, also. Nicht schlecht. Sorry. Ach, alles gut. Meinst du, da hinten da in der Ecke vielleicht noch einer sitzt? Warte mal. Ich habe geguckt heute. Achso. Ja, ich habe jetzt auch so ein Nichtsgönner wie ich. Nur ein Bangor-Rober dabei. Ich will nur eben zurückgucken, ob einer den Markt rumgelootet hat, oder? Ja. Viel konnte er auch nie anstellen mit zwei Magazinen. Alles gut. Okay. Bis zum nächsten Mal. Hier in den Raum immer reingucken, hier unten normalerweise guter Spawn und hier auf den Tisch. Okay. Hast du gerade was eingesammelt? Nein. Kann noch ein Soundbug gewesen sein. Gönnen wir, die Waffe ist 100.000 und der Schalldämpfer da drauf nochmal 60. Das hat aber echt einen Schmutzmarkt rum diesmal. Oh Vlado, ich will nicht schon wieder so eine Bienenbusel nehmen. Aber ja, mach ich gleich. Der Rest ist jetzt hier noch Dingskackmuhn. Ist da auch noch Munition? Eine Bienenbusel. Bienenbuselt Jellybeans. Das ist Bienenbusel Glückrat. Das ist eine Jellybean, die kann halt zu 50% einen guten Geschmack haben. Sowas wie, keine Ahnung, Toasted Marshmallow oder halt nach totem Fisch oder faules Ei schmecken. Und das kannst du halt für Kanalpunkte auslösen. Die möchten halt andauernd, dass ich möglichst ganz viel ekelhaftes Zeug krieg. Kann ich verstehen. Kannst du was? Ich kann es nicht verstehen. Ich würde mir leckeres wünschen. Sowas wie Snickers Geschmack. Wenn ich genug Kanalpunkte habe, werde ich dir das auch gleich gönnen. Okay. Ich muss dazu sagen, damit die sind die übertreiben, ist da eine halbe Stunde Timer drauf oder so. Also, du müsstest jetzt endlich eh noch kurz gedulden, bis du das auch machen kannst. Okay. Aber für die nächsten Male kannst du das natürlich drücken, wie du möchtest, bis ich hier konzentrieren sitze. Ich glaube ja, bei faulem Ei ist das meistens immer kurz davor. So. Ja, sonst ist hier nur Scheiße. Ich bin auch an sich ziemlich cool. Was ist denn nicht fall? Geht gleich erstmal los, komm nicht. Was? Du bist Streets Main oder was? Ja. Für Laps bin ich zu doof und hier ist halt nicht das beste PvP. Für Laps bist du zu doof? Ja. Laps sterbe ich immer. Laps spiel ich zu alt, ist gut. Eben Crankillermachen. Aber selbst wenn du, selbst wenn du Painkiller genommen hast, sieht das bei dir noch sehr klar aus, ne? Also nicht so Grain. Ach du armer. Spieler dead. Ach das war ein Spieler. Oh ja. Ich hab bloß ein Skam sterben hören gerade. Warte, ich blüte den. Oh der hat ein GL dabei, was ist denn mit dem los? Ich hab ihn noch. Scheiße zu spät. Ne, das ist noch einer. Alles gut. Ich hab ihn noch. Ach komm. Er hat so gezuckelt. Ich hab seinen Kopf nicht in den Dings gekriegt. Ich hab den Rucksack erst nur bei dem zweiten liegen sehen. Und dachte, da kommt gleich noch einer. Dann hab ich ihn schon steppen hören. Naja, immerhin konnte ich dich rächen. Wenigstens das. Schade Schokolade. Schade. 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 Bis zum nächsten Mal.